herzlich willkommen zurück zu mini ninjas weiter geht's ich hier jetzt quasi vor dem eingang hallo vorm eingang von den blöden kriegs her moin sein kaum tor schließen nein stoppen wo der war kommt der war gut der war gut der kommt richtig gut da komme ich nicht dran da ist fettig 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 fiel damit gerott die idioten so wo ist fettig das fettig hallo moin sein mann zwei schläger und farm ist der tod kommt etwas jetzt aber kein leben mehr im nächsten mal was leben macht zuhause ertränke alter wir gehen auf ein sein fleisch da hinten geht's wieder rund komm jetzt gehen wir mal ein bisschen offensiv blitzsturm blitz moin sein ist geil wenn man dauerhaft ultiert schon richtig cool meine erfahrung die ich eh nicht mehr verwenden kann oh ne ulti drop oh level beendet oh ist das jetzt schon der kriegsherr? lol dann wäre es lustig oh 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 hero du hast ein problem was? was? wie bitte abgespaced ist dieses spiel? ja genau wir kämpfen jetzt gegen ein haus alter dieses spiel das macht mich fertig toll lol alter abgespaced wo müssen wir hin? nach oben nach oben immer weiter nach oben alter wtf lol ich weiß nicht wohin ich blick hier gar nicht durch ähm ja wir haben ein kleines problem zwar einfach mal keine ahnung doch hier hepp und hepp und hepp und hepp und hepp und hepp oha balancieren weiter geht's weiter geht's weiter geht's oh balancieren hiero du mutiger held was hier sind sogar gegner verarsch mich nicht alter da steht echt einer was macht der denn da? hallo junger ich will jetzt diesen fetten boss erledigen oha was ist das denn für drecksäcke stirbt einfach ähm achso klar warum frage ich eigentlich achso was muss ich hier lang ok jetzt hier rüber hoch und hoch oha du bist doch eh schon tot ey ich hab doch einfach ich hab deine erfahrung eh nicht nein das war so knapp das war so knapp ey ja genau ich bin halt noch weiter runter jetzt direkt wieder unten anfangen rüber klettern hoch und hoch und jetzt balancieren komm schon hiero oh oh das kommt gut das geht gut das geht gut das geht gut was du schwere die halle des lebenden Schlosses ok ok gar kein Thema ich schaff hiero ja laufen wir halt hier durch ist mir auch egal stirbt alle Junge alter krass das ist diese Aposere jetzt hier drin alter 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 Junge sterb stirb entschuldigung ein Kontrollpunkt schön alter ist dieser Typ aggro komm drüber balancieren schön wenn wir jetzt runterfallen sind wir tot will ich die Statue noch haben wenigstens eine noch eins von acht hier in dem Level lol nein schön cool ähm achso ich frag schon gar nicht ist ja ganz einfach hier hoch zu kommen ja komm spring Kontrollpunkt so was haben wir hier alter das hört nicht mehr auf oh ist dieser Wandlauf glaub ich oder einfach hier runter dann noch hoch kann man natürlich auch machen jo nein ich will da hochbalancieren komm schön 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 ich will nämlich zu dem fetten Arschloch gelangen besiege die Gegner in dem Dojo nö keine Lust keine Lust da schleiche ich mich lieber davon wo ist er denn alter ne laber kein scheiß nicht diese Fischer ach die kann ich nicht ultien ich kann die Zeit verlangsam ich kann die Zeit verlangsam das war der falsche ja ich lass mich töten wir probieren das ganze nochmal komm ich geh da jetzt ganz ganz ehrlich leck mich ich geh da jetzt frontal rein nichts zu verlieren moinsinn ach die leben gar nicht nur die großen na wo bleiben sie da ist sie hallo ich hab die Zeit verlangsamt komm ran komm 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 Oha, 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 Oha. Nein, bei dem bleiben. Zeit verlangsamen. Vielen Dank, Fetty. Alter, der lebt immer noch. Ich muss es überlegen. Nein, das nicht. Wölbstrank, die kann man eigentlich einsetzen. Und seltsames Gepreu. Oh, Flammel. Oha, oha. Oha, oha. Was, ey. Laber doch keinen Scheiß, Junge. Ach, Mann. Hier, dann kommt. Kommt. Gibt's auf die Fresse. Ihr wolltet so, ihr kriegt so. Schön. Gut. Was haben wir jetzt? Boah, ich brauch diese Wabe. Ich muss sie verzerren. Ich brauch das. Gut. Hier komm ich nicht durch. Oder? Doch. Oh, nein. Wollt ich hier durch? Ich wollt hier durch. Pa, 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 pa. Scheiß auf die Tiere. Oh, nein. Komm, schieß. Schieß doch. Junge. Schieß. Schieß, ich bin bereit. Oh, toll. Krähfüßen. Oh. Oh. Alter. Oh, der hält dich fest. Schön. Schön, Hero. Komm. Komm, hoch. Aua, Aua, Aua. Das tut weh. Oh, da ist ein Tier. Ist klar. Laufen wir jetzt hier lang. Und drauf. Komm. Puh. Komm, balancieren. Ähm. Okay. Och, nö. Schon wieder die Viecher. Da. Ja, komm. Ist mir scheißegal, die Typen. Ganz ehrlich. Wollen wir die alle kaputt. Zack. Die da oben wollen doch nicht runterkommen. Ein Glück. Dann geh ich weiter. Trauerpunkt aktiviert. Ist mir egal. Bis durch, ihr Lappen. Oh nein. Nein. Dieses Flammenöl ist gar nicht mal so schlecht gegen die. Boah, die kriegen aber richtig auf eine Packung. Geh ich hier weiter? Ich geh hier weiter. Ich geh hier sowas von weiter. Oh. Guck mal hier. Wird nicht mit gerechnet, ne? Du Lappen. Ja komm. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Was will der von mir? Ich bin kein Ninja. Lass mich in Frieden. Ich bin kein Ninja. Nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Lass mich in Frieden. Da ist ein Kontrollpunkt. Oha. Nicht schon wieder so ein Fee. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich will zum Endfight. Geh fort. Warte mal. Ganz ehrlich. Oh, das war der falsche. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Weg mit dir. Weg mit dir. Mm. Ähm. Hmm. Wie komm ich denn jetzt an? Gesenk. Drang mich an. Nicht. Ist mir egal. Ich bin weg. Geh weg. Weg. Geh weg. Oh, da hinten ist er. Da hinten ist er. Geh weg. Zieh dich, Junge. So, Level beendet. Nächstes Level. Puh. Alter Schwede, der übertreibt. Ja, genau. Wie krass will der denn noch übertreiben? Hallo, es ist gut. Es reicht. Hallo. Alter. Leck mir die Kimme. Wie mache ich das denn jetzt hier? Vielleicht warten. Was soll das machen? Ich komme da nicht durch. Ich komme da nicht durch. Wie mache ich das denn? Jetzt ist genug. Jetzt habe ich genug gespielt. Den hier. Oh, wie weit war der denn noch von? Alter. Oh, nein. Du. Witter. Himmelkopf. Sterb doch. Sterb. Hab ich gesagt. Wo ist hier ein Ninja da? Ach, komm. Schieß. Schieß, schieß, schieß. Schieß. Oha. Brauchen. Energie. Brauchen Energie. Energie. Geh weg. Das ist Energie. Oh, der tut weh. Der tut richtig gut. Alter, wo gehen? Oh, jetzt. Jetzt habe ich einmal getroffen. Aber schlecht gezielt. Da, da, da. Ich habe keine Energie dafür. Jetzt. Der kommt gut. Der kommt gut. Der hat keine Schnitte. Oh, 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 oh. Don't do this. Alter, was rastet der so aus? Junge. Junge, nein. Lass mich. Renn. Renn. Jo, renn. Oha. Hallo, ich brauche Energie. Justin. Wir haben ein Problem. Ich. Hau mir jetzt nochmal so ein. Jetzt haben wir das Gebäude. Jetzt haben wir das Gebäude. Komm. Oha. Wieso tue ich das denn immer? Jawoll. Ulti. Ulti. Geht. Hallo? Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Trinken. Trinken. Ah, nee. Das ist das Falsche. Trinken. Trinken. Scheiße. Das war mal Ulti-Trinker verpasst. Ich brauche die Energie. Verpiss dich. Hm. Ich muss sterben. So, jetzt habe ich nämlich Kraft für das hier. Das gibt mir. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh, das hört sich nicht gut an. Ah, wieder. Okay, kommen alle zusammen. Kommt. Oh, da ist kommt noch einer auf mich. Sterb. Äh, stirb. Kein Mana dafür. Da war für. Der tut auch weh. Da haben wir uns erwischt. Du Lappen. Oder, oh. Jetzt kommt er hier wieder. Ja genau, raste halt aus. Raste halt aus. Ist okay. Raste halt aus. Oha, 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 ich kann nicht. Wegrenn Junge. Renn weg. Hero Junge. Was ist bei, kaputt bei dir? Mann. Aber jetzt soll ich, wie ich den bekämpfe. Schon mal sehr nett. Komm. Jetzt hab ich volles Ding. Verzehren. Oh, komm. Hol dir mal ein paar Schergen. Hol dir Schergen. Oh, wir haben das Ding nicht ausgewählt. Das und zwar hierhin. Feuer. Und Ulti. Ich wird geultiert. Und noch einen, komm. Du kriegst dich nicht auf dem Sack. Mach ich kaputt. Oh, nein, 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 nein. Fladen. Und dann gleich wieder weg. Oh, 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 oh. Jetzt lauf. Lauf, Hero. Wieder weg. Schön. Komm ich denn jetzt an? Gar nicht. Lade auf, lade auf, lade auf. Boah. Das war knapp. Komm schon. Hol dir eine Schergen, bitte. Kann ich sonst nicht bekämpfen? Uh, da jetzt. Nee, geht nicht. Ja, komm, beruhig dich. Diesmal wirst du sterben. Glaub mir. Nochmal sterbe ich nicht gegen dich. So, jetzt. Kommt her, ihr Schergen. Nein, 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 nein. Das war schlecht. Das war richtig kacke. Nimm das. Nein. Ein behinderter Arschkopf. Wo ist das? Da ist es. Ah, immerhin treffen. Oh, das ist schlecht. Das tut aber. Und hoch. Die haben gar nicht zugehauen. Sind die dämlich. Sind die behindert? Komm. Ja, mach die little bändische ab. Hier hin. Wo ein Rums. Und den hier auch. Kriegst du gleich auch ab. Oh, das hätt ich mir aufsperren sollen. Oha. Ja, ist gut. Beruhig dich. Junge. Du sollst dich verdammt nochmal beruhigen. Du kriegst mich eh nicht. Aber. Doch, er hat mich. Uh, jetzt bräuchte ich mich krank. Ich bin tot. Ey, das gibt es nicht. Mann. Komm her jetzt. Na komm. Mach Schergen. Komm. Jetzt hab ich keine Lust mehr. Jetzt hab ich echt keine Lust mehr. Ich hab nur Lappen. Ja, das gibt's nicht. Dieser, dieser Typ, ne? Oh, wo ist es? Da ist es. Oh nein. Oh nein. Jetzt hab ich ein Problem. Das ist ein riesengroßes Problem. Oh. Weg, 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 weg. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Nur die... Gucci-Magie kann die Verteilung des... Ja, ja. Spaß. Das wusste ich schon. Waren beruhig dich wieder. Na, auch nicht. Mal kurz einsüppeln. Ich hätte mir echt noch Dings-Tränke machen müssen. Irgendwo noch blaue Blütenblätter suchen. Aber das weiß man ja nicht vorher. Gut. Dann mach mal. Das wird ein mega überländen Part. Weil der Typ einfach so hartnäckig ist. Komm, hol deine Scheren. Schön. Oh, das war zu früh. Jetzt hab ich's. Zack, zack. Ist da nicht noch einer? Nein. Na, komm. Der war schlecht gesetzt. Der letzte jetzt. Ich komm wieder. Ulti-Trank. Komm. Hol deine Scherben. Weil ich will kein Ulti-Ding haben. Oh. Na. Ich bin zu blöd, um den einfach nur zu schlagen. Komm schon. Nicht ausrasten, hol deine Scherben. Schön. Alles zusammen trommeln. Und Ulti. Den, den. Und den. Na, komm. Jetzt hab ich genug für den hier. Weil jetzt wird's auf den Sack. Oh, das tut weh. Das tut weh. Uh. Das hat gesessen. Oh, oh. Jetzt rastet er wieder aus. Jetzt rastet er wieder aus. Oh, weg, weg, weg. Weg. Weg, 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 weg. Ganz schnell weg. Lauf, spring, 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 spring. Jo. Jero, spring! Schnell weg mit dir. Wenn du dich kriegst, bist du tot. Hat er sich beruhigt? Nein, hat er sich nicht. Oha, oha, oha. Lass das doch, komm. Komm, beruhig dich. Lass uns Freunde werden. Lass uns Freunde werden. Nicht? Na gut. Dann nicht. Wir haben noch zwei Heiltränke. Ne, drei. Wir haben ja noch keinen benutzt. Also, es sieht gut aus. Wenn wir uns jetzt nicht ganz blöd anstellen wie eben, sieht's echt gut aus. Ich hab noch drei von diesen Scheißkugeln. Komm, hol dir deine hier, deine was an. Hier. Hier deine Schergen. Oh nein, der war schlecht. Oh nein, 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 nein. Nicht schlagen, nicht schlagen. Wagt es euch. Ich bin gefangen, aber das ist mir... Egal. Komm. Noch ein paar Schergen. Einen. Zwei. Find ich dein Ernst, oder? Was soll ich denn damit anfangen, Junge? Du bist so gut wie tot. Ich krieg den letzten da nicht weg. Das gibt's nicht. Nochmal Schergen, bitte. Oh, deine Sammerei. Oh, deine Sammerei. Da hinten? Ist das dein Ernst? Na komm. Gib mir einen. Und einmal... Alle Mann. Mit deiner Energie. Reicht nicht für den Großen. Man muss das Bild beenden. Was? Ich glaub, diese doofe Kugel nicht. Ah, okay. Gut. Jetzt weiß ich Bescheid. So, man zieht sich... Oh, nee. Ich mach das einfacher. Normalerweise müsste das klappen. Oh. Huch. Das war das Falsche. Ich wollte das verlangsamen, Junge. Nicht nach einem Tempo suchen. Das klappt sogar wirklich. Schön. Hol deine Schergen. Ich will meine... Energie. So, Energie einmal. Na komm. Schön. So, und jetzt... Feuerball. Das bringt gar nichts. Können wir mal da dafür. Ich hab... Okay, gut. Ich hab einen Plan. Ich hab einen Plan. Ich mach erst für langsam und dann den Feuerball. Nein. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Scheiß auf die Feuerball. Komm. Hol deine Schergen. Hol deine verdammten Schergen. So, in meiner Seite. Ja. Zwei. Kein Ernst. Zwei. Toll. Kompliz. Du schaffst das. Klapp an dich. Ja. Woll. Jetzt gibt's auf dem Fret... Hä? Das war's? Roll WTF. Spielen. Hä? Hä? Ja, das war's. Wir sind, äh, durch. Es gibt keine Abspannwürstigen. Lol. Extras. Dann schauen wir mal. Kuno Ischis Ankunft. Ninja-Gebürger. Ah, Kuno Ischis. Sie hat stets eine gewisse Distanz gewahrt. Nicht zuletzt ist deshalb der Speer eine ideale Waffe für sie. Ja. 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 Sie lässt niemanden an sich heran. Mit Ausnahme ihrer engsten Freunde. Kuno Ischi. Ich habe sie in die Welt entsandt. Vor so langer Zeit. Das ist wahr. Was ist Thoras Ankunft? Ah, Thoras. Er brauchte dringend ein Bad, als er zu uns stieß. Der Ärmste war in einem Käfig gesteckt worden. Und mir wurde schnell klar, warum. Thoras hält sich tatsächlich für einen Tiger. Er ist schnell, unauffällig und immer hungrig. Und was ihm die Natur nicht schenkte, stellte er selbst her. Ich habe versucht, ihn zu disziplinieren. Aber Thoras wird immer Thoras bleiben. Er ist jetzt schon seit Monaten weg. Ich vermisse meinen wilden Thoras. Tja, ja. Kommt ja gleich wieder. Bald wieder. Wer ist das? Ah, Shun. Shun war immer sehr... ...aktiv. Selbst bei seiner Ankunft war er auf der Flucht. Aber mit dem Bogen in der Hand lernte ich schon, sich zu konzentrieren. Völlig ruhig zu bleiben. Oder genau das Gegenteil. Er ist der perfekte Bogenschütze. Er verfehlt nie sein Ziel. Fürchtet keinen Feind. Einst brach er auf, um meine Ängste zu zerstreuen. Er müsste längst zurück sein. Ja. Und Suzume ist natürlich auch noch... Suzume. Sie wirkte immer so elegant und zerbrechlich. Doch manchmal trügt der Schein. Nie hat sie sich von ihrer Flöte getrennt. Obgleich ich es mir manchmal gewünscht hätte. Aber sie war entschlossen, perfekt auf ihr zu spielen. Ja. Ihre betörende Flöte. Elegant, aber tödbar. Genau wie Suzume selbst. Letzten Winter habe ich sie losgeschickt, um die anderen zu suchen. Sie müsste längst wieder hier sein. So. Und Foto. Er war nicht zum Ninja geboren. Aber er hatte einen gesegneten Appetit. Ich habe ihn Foto getauft. Es war nicht leicht, eine Waffe für ihn zu finden. Er war entweder zu tollpatschig, zu stark oder zu dick. Ich wollte ihn schon zum Küchendienst verdonnern. Aber Hiro hatte die rettende Idee. Zwischen den beiden entwickelte sich eine enge Wehnschaft. Hiro und Foto. Meine letzten Ninjas. Morgen muss ich beide in die Welt hinausschicken. Obwohl sie nicht bereit sind. Das war Mini Ninjas. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Es ist ein bisschen älter. Aber meiner Meinung nach ist es noch ein gutes Spiel. Hat wirklich ein bisschen was von Zelda und halt diese Spiele halt. Aber ich kann es nur empfehlen, wenn ihr es irgendwo seht, für 5, 6, 7, 10 Euro. Nehmt es mit. Es lohnt sich. Es ist ein gutes Spiel. Ich habe jetzt glaube ich 7 Stunden Spielzeit. Also es ist vollkommen in Ordnung. Ja, gut. Dann schaut bei meinen anderen Videos vorbei. Lasst mal einen Kommentar unter diesem Video oder unter den anderen Videos. einen Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr es fandet. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.